Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wenn Sie in der letzten Woche gezügelt haben, gelegentlich gezügeln werden oder einfach mal einen Tabetenwechsel brauchen, dann machen Sie doch einen Besuch im nächsten Coop-Bau- und Hobbymarkt. Dort finden Sie alles zum Renovieren und Verschönern von Ihrem Heim. Die Coop-Exklusiv-Marke bedeutet neben der Qualität, Sicherheit und Preisvorteil auch mehr Informationen rund um das Produkt. Auch das bewährte Kolodur-Farbsortiment führt Sie dank einem neuen Kundenleitsystem schnell zu den Produkten, die Sie suchen. Jede Farbe ist mit einer speziellen Grundfarbe kennzeichnet. Sie sehen darum auf einen Blick, ob Sie es mit Lack, Dispersion, Sprühlack, Verdünner, mit Putz- oder mit Holzfarben von Kolodur zu tun haben. Diese preisgünstigen Farben lassen sich überall leicht verarbeiten. Sei es als Anstrich für Deckene, Wände oder Fassaden, zum perfekten Lackieren von Fenstern oder Radiatoren, zum brillanten Lasieren im Holzbereich oder zum Verschönern vom Kinderzimmer. Ebenfalls als Coop-Exklusivität offerieren wir Ihnen eine weitere Farbenlinie unter der Marke Prestige. Diese Produkte für höchste Ansprüche zeichnen sich unter anderem durch eine stärkere Schürfestigkeit aus und sind darum ideal für das Wohnzimmer oder für das Kinderzimmer. Auch die Umwelt ist denkt worden bei den lösungsmittelfreien Farben von Ökoplan. Im Umgang mit diesen Farben brauchen Sie ja keine Lösungsmittel. Und den Pinsel können Sie einfach nach dem Gebrauch mit Wasser auswaschen. Eine farbige, aber auch eine saubere Sache. Jetzt aber zurück ins Studio zum Co-Profit-Superspiel. In der neuen Coop-Zeitung konnten Sie schon lesen, ob Ihnen die Nummer auf Ihrer Co-Profit-Karte Glück gebracht hat und Sie bei der Ziehung Waren-Gutschein im Gesamtwert von 20'000 Franken gewonnen haben. Offeriert worden sind die Preise von folgenden Marken. Ramsayer Süssmost, das ideale Getränk für die ganze Familie. Onkel Ben's Menü, die leichte Mahlzeit für zwei Personen. Magdalenas, die kleinen Cakes für viele Gelegenheiten. Persil Color Gel, das Wäschmittel für perfekte Sauberkeit. Und Feta Hotos, der griechische Schafskäse für die kalte und warme Küche. Herzliche Gratulation allen, die das mal gewonnen haben. Die Einkaufs-Gutschein werden Ihnen wie immer mit der Post in den nächsten Tagen zugestellt. Und damit sofort zum Co-Profit-Supertreffer. Es ist das mal der neue Seat Arosa im Wert von 17'060 Franken. Der Seat Arosa bietet Ihnen alles, was ein Auto von seiner Klasse bieten kann. Fortschrittliches Design und hochwertige Materialien. Aussen klein und kompakt und geräumig innen. Jugendlich und spritzig, aber zuverlässig und selbstbewusst. Seat Arosa, das beste Beispiel für ein grossartiges Auto. Der Tollwagen steht heute also auf dem Spiel. Der Profitomat hat vor wenigen Augenblicken den Gewinner erkoren. Und wir schauen jetzt, wer das mal das Glück hat. Die Gewinnzahl lautet 0, 4, 1, 0, 3, 5, 2, 9, 0, 2. Diese Kartennummer hat der Co-Profit-Supertreffer, der neue Seat Arosa, gewonnen. Der heutige Gewinner oder die glückliche Gewinnerin wird wie jedes Mal noch schriftlich benachrichtigt. Für alle, die das mal kein Glück hatten, heisst es, weitermachen. Und sich vorläufig mit einem Dessert von Armin Amrein trösten. Nicht nur trösten, mit diesem Dessert vergessen Sie das Auto. Grüezi miteinander. Die reifen Aprikosen halbieren, entsteinen und drei Viertel davon in grobe Stücke schneiden. Dann mit Zitronensaft, Honig, Zucker und Aprikosenjoghurt pürieren. Die restlichen Aprikosen in Würfalee schneiden und drunter ziehen. Rahm mit Vanillezucker steif schlagen und ebenfalls unter die Fruchtjoghurtmasse ziehen. Im Tiefkühler knapp eine Stunde angefrüeren. Dann mit dem Schwingbäse kräftig durchrühren, um die Eiskristalle zu verschlagen. Für die Soße frische oder gefrorene Himbeere mit ein wenig Zucker, ein paar Minuten kochen und warm oder kalt zur Glasse servieren. Das köstliche Dessert, das Ihnen bestimmt wird gelingen, finden Sie diese Woche in der Coop-Zeitung. Ich wünsche Ihnen jetzt schon viel Vergnügen. Die Aprikosen für das Dessert gibt es dieses Wochenende bei uns übrigens günstiger, neben den anderen vielversprechenden Aktionen. Die Doppelkeggsrolle Victoria kostet im Duopack 4,40. Und Fixes Unisex Ultra Dry oder Extra Class kommen Sie als 3 für 2 22 Fr. günstiger über. Und mit der Coop-Profit-Karte gibt es die speziell für Kinder entwickelte Fotokamera Fisher Price für 39 Fr. 6 Dreisatz-Anbürsten kommen Sie zum halben Preis über. Und 14 Päckchen Stimorol mit Gratisdosen offerieren wir Ihnen ebenfalls zum halben Preis. Sie wissen ja, Coop-Profit Plus vorzeigen, sofort profitieren! So viel für heute. In einer Woche ist dann wieder ein Coop-Frischmerd an der Reihe, mit einem typischen Sommergemüse, den Tomaten. Bis dann, eine schöne Zeit, auf Wiedersehen!